Hier kommen drei Tipps von einem Bahnpreisexperten, wie du günstig Bahn fahren kannst. Lukas hier hat exklusiv für Galileo die Preisentwicklung von vier Strecken für 30 Tage näher analysiert. Sein erster Tipp, am besten buchst du mindestens zwei Wochen vor Abfahrt. Da sind die Preise am günstigsten. Acht Tage davor steigt der Preis nochmal stark an, deswegen lieber nicht allzu lange warten. Tipp Nummer zwei, unter der Woche sind die Preise laut Lukas Auswertung deutlich geringer als am Wochenende. Die günstigsten Reisetage sind Dienstag und Mittwoch. Das hat uns auch die Deutsche Bahn bestätigt. Und Tipp Nummer drei, es lohnt sich im Supermarkt genauer auf die Produkte zu schauen, vor allem bei den Süßigkeiten. Mehrmals im Jahr gibt es nämlich auf bestimmten Produkten Aktionscodes, mit denen du 10 Euro Rabatt auf dein Ticket bekommst. Hast du auch noch Tipps? Schreib sie uns in die Kommentare.